Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. Mai. Wetzlar bekommt ein Konzept zur Nachverdichtung. Das Projekt Gemeinsamer Windpark Weilburg wird nicht wieder aufgenommen. Das RKI registriert ungewöhnlich viele Influencer-Fälle. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nach dem Verschwinden von vier Lämmern von einer Koppel am Ortsrand von Niederklen in der Gemeinde Langgöns ist das kräftigste der Tiere auf der Bundesstraße zwischen Grevenwiesbach und Usingen gefunden worden. Rund 25 Kilometer vom Hof seines Besitzers Max Textor entfernt. Eine Frau, die mit dem Auto auf der Strecke unterwegs war, entdeckte das Lamm, fing es ein und brachte es zu der Polizei in Usingen. Die übergab es einem Schäfer aus der Region. Der wurde über den Facebook-Aufruf von Max Textor auf ihn aufmerksam und meldete sich bei der Polizei in Gießen. Das Lamm war unverletzt. Von den anderen drei gestohlenen Lämmern fehlt weiterhin jede Spur. Bürgermeister Johannes Hanisch, CDU, hat während der Debatte im Weiburger Stadtparlament zum Windpark Weiburg klargestellt, dass es einen neuen Anlauf für einen gemeinsamen Windpark mit den Kommunen Lünberg und Meerenberg nicht geben wird. Zuvor hatten sich die Grünen für einen erneuten Versuch eingesetzt. Die Fraktion begründete den erneuten Vorstoß damit, dass es immer wärmer und trockener werde. Außerdem zeige der Ukraine-Krieg, dass die Unabhängigkeit von fossiler Energie forciert werden muss. Wetzlar bekommt ein Konzept zur Nachverdichtung Die Koalition in der Stadtverordnetenversammlung hat mit der Linken und der Partei die Partei beschlossen, dazu ein Konzept zu erstellen. CDU und AfD sind dagegen. Die CDU stehe dem Thema Nachverdichtung zwar positiv gegenüber, kritisiere aber, dass die Kriterien zur Priorisierung von Siedlungsflächen willkürlich in ihrer Bewertung seien. Die Grünen-Fraktion verteidigt die Idee und sagt, es werde durch die Nachverdichtung nicht neu versiegelt. Zudem könne günstiger Wohnraum entstehen. Der Musikladen-Musicbox in der Dillenburger Fußgängerzone schließt Am Mittwoch, 25. Mai, ist der letzte Verkaufstag. Dem Betreiber, Friedhelm Kosak, wurde vom Vermieter gekündigt. Das Geschäft eröffnete 1991 und prägte die Innenstadt von Dillenburg. Das 100 Quadratmeter große Geschäft war eine Anlaufstelle für Ticketkäufer für Konzerte, Theater, Musicals, Sportveranstaltungen und Co. Aber es werde weiterhin einen Online-Shop geben, versichert Kosak. Für die Jahreszeit ungewöhnlich viele Fälle von Influenza registriert das Robert-Koch-Institut, RKI, in seinen jüngsten Wochenberichten. Vor allem Kinder zwischen 5 und 14 Jahren sind davon betroffen. Bei diesen hätten sich die Influenza-Viren nach den Osterferien zunehmend ausgebreitet. Seit der letzten Aprilwoche seien die virologischen Kriterien für den Beginn einer Grippewelle erfüllt, heißt es weiter. Insgesamt ist die Zahl der Influenza-Erkrankungen in der gesamten Saison aber deutlich geringer als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Die Zeiten, in denen sich bestimmte Infektionskrankheiten bei Kindern und Jugendlichen besonders verbreiten, verändern sich durch die Corona-Wellen offenbar. Bereits im vergangenen Sommer und Herbst kam es in Deutschland zu besonders vielen Infektionen mit dem respiratorische Synthetial-Virus, RSV, was für diese Jahreszeit sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise zirkuliert das RSV nämlich vor allem von November bis April. Und zum Schluss noch ein Blick zum Sport. So etwas hat es wahrscheinlich auch noch nicht gegeben, ein Oberbürgermeister bekommt vom größten Verein seiner Stadt quasi Hausverbot. Nachdem Frankfurts OB Peter Feldmann, SPD, sich am Donnerstag bei der großen Europa-Pokal-Party im Römer ein ziemlich dummes Eigentor schoss, in dem er Eintracht-Trainer Oliver Glasner und Sebastian Rode erst den Cup entriss und kurz drauf bei seiner Rede sämtliche Spielernamen falsch vortrug, scheint bei Eintracht Frankfurt nun das Maß voll zu sein. Die Bild berichtet, dass Vorstandsprecher Axel Hellmann den OB künftig nur noch ungern im Frankfurter Stadion empfängt. Zwischen Eintracht Frankfurt und ihm gibt es in Zukunft keine Basis mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Feldmann bei unseren Spielen im Stadion noch willkommen ist, wird Hellmann zitiert. Das ist mal eine Ansage. Der Druck auf Peter Feldmann wächst indes. Im März hatte die Frankfurter Staatsanwaltschaft in der AWO-Affäre-Anklage wegen eines hinreichenden Tatverdachts der Vorteilsannahme erhoben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt